Die Meinungsmacher, wir setzen uns für die Rechte der Bürger wirklich ein. Das macht auch der Fachverband der österreichischen Versicherungsmakler, wo wir heute sind. Und da wurde die Rechts-Service- und Schlichtungsstelle gegründet, Bundesobmann Gunther Rilsberger. Ja genau, wir haben diese Einrichtung geschaffen, damit die Kunden der österreichischen Versicherungsmakler den Vorteil haben der raschen Entscheidung und der Kostengünstigkeit bei Deckungsfragen. Welche konkreten Vorteile bringt mir das jetzt als Bürger, diese Schlichtungsstelle, die Sie da gegründet haben? Erstens ist das Verfahren unglaublich günstig, in vielen Fällen kostet das dem Konsumenten gar nichts. Und zweitens sprechen wir von sehr raschen Verfahrensdauern von etwa maximal zwei bis drei Monaten, während Gerichtsverfahren da oft zwei bis drei Jahre dauern. Konkret darunter gebrochen, ich habe einen Schadensfall, die Versicherung will nicht zahlen, kann ich dann zu Ihnen kommen? Wenn Sie Kunde eines österreichischen Versicherungsmaklers sind, dann haben Sie das Recht zum Fachverband zu kommen und bekommen hier rasch eine richtige und ausführlich begründete Entscheidung. Wenn ich jetzt im Fernseher sitze und glaube, das brauche ich, wo kann ich mich und an wen kann ich mich da wenden, genau? Am besten Sie kontaktieren einen österreichischen Versicherungsmakler, der wird Ihnen erstens das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vermitteln und zweitens haben Sie dann im Schadenfall den Vorteil dieser sehr, sehr kostengünstigen Schlichtungsstelle. Wie gesagt! Vielen Dank.